Also meine drei Worte für Echewort wären Teamgeist, Zusammenhalt und Verantwortung. Innovativ, familiäres Arbeitsumfeld und geile Produkte. Team-Spirit, spannende Aufgaben, Spaß bei der Arbeit. Frontan, abwechslungsreich und freundlich. Abwechslungsreich, fordernd und unterhaltsam. Chaotisch, innovativ und zukunftsorientiert. Jung, dynamisch, wachstumsgierig. Dynamisch, lustig und aufgeschlossen. Innovativ, Spaß und Tee. Spaß, Weiterentwicklung, scheiße was war das dritte? Geile Suchmaschine und bombend im Team. Spaß, Weiterentwicklung, Ehrgeiz, Ehrgeiz. Familiärer Zusammenhalt, frisches Obst und viel Spaß. Zielstrebig, zukunftsorientiert und familiär. Jung, spannend, herausfordernd. Danke dir, das war's schon. Super!